fliegt und das geht echt auf die Nerven Och, dürfen wir mit Jett fliegen oder was? Nee doch nicht Schön wär's ey Oder doch Aber ich kriege die alle raus Roger Was zum Teufel Was zum Teufel Was zum Teufel Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Das ist ein Militärkanal Zeit für Höflichkeit Sie haben es mit einer Vernichtungsbiowaffe gegenseitz ihrer Vorstellungskraft zu tun Sie und ihre Männer sind in 90 Sekunden tot, wenn Alcatraz meine Anweisungen nicht genauestens befolgt Ziel Papier halten Zur Rücklauf Operationshöhe Roger Danke Körner Ancadress Der Speer soll weitere Spuren verbreiten Aber das System lässt sich aushebeln Sie müssen daran hochklettern Wie bei dem im HL Was zum Teufel Schnell Okay Die Sporenexplosion erfolgt in Kürze In etwa 20 Sekunden Sie müssen die Sequenz jetzt abschließen Okay Okay Einen kleinen Moment Wenn der Anzug auch nur annähernd so gut geworden ist Ihnen geplant Zipno 4 Landen Sie und ziehen Sie uns rauf Verstanden? Sie gehen runter Ja Wie die Namen erstmal verhellen ey Nice Oh 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 Der Speer Der Speer Achten Sie auf den Speer Ach jetzt werden das mal alles vernichtet Ah Auch unsere Freunde Und auch wir Ja Sag mir nicht Sag mir bitte Ihr habt doch einfach gewinnt Ihr habt doch einfach gewinnt Null Wow Machs gut Freund Gut Was zum Teufel machen Sie immer noch in der Stadt Sie sollten evakuiert werden Glauben Sie wir hätten es nicht versucht? Sie haben uns überrannt und dem Scheiß zu zum entgleisen gebracht auf halber Strecke nach Haaren Hören Sie mir jetzt zu Wir müssen zum Prism Das ist die einzige Hoffnung Wenn es Antworten gibt Dann hat sie Hargreaves Sie müssen Alcatraz reinschicken und ihn rausholen Kommen wir halt zum Prism Was zum Prism Kommen wir nun raus wie ein abgestochenes Schwein Ich muss ihn direkt am Süden entdecken Ja Okay Anschnallen und Ausrüstung verstauen Wir werfen diesen Typen aus dem senkrechten Starter Ist euch schlecht? Absprung in Kürze Oh ne Absprung Woh Das war die Brücke Ich dachte das ist ein Raumschiff oder so Aua 10 Sekunden Los geht Viel Glück Mary Seien Sie fuß Ja Ja Auge du Stoß Auge des Stoßs Auauter Ist das ne Geil Ist das geil Ist das geil Was soll da vorn gehen? Ich muss jetzt irgendwo verstecken. Das hier erinnert mich irgendwie ein bisschen an Operation Metro hier mit der Brücke und so. Ich habe ein bisschen zu viel Metro gezockt, ich weiß. Und ab ins Haus. Wie komme ich da hoch? Ich bin so doof. So und jetzt gehen wir da runter. Okay, langsam. Und wo ist die? Bzw. Wo ist der Ausgang? Ist er da hochspringen oder was? Ah, okay. Ganz schön labyrinthisch. Dann verleid es. Ich weiss. Wir verschwenden uns den Zeichen für diesen Dagen. Ah! Da ist der Dagen! Ah! Ah! Fahne um uns! Ah! 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 Roger, get five! Tickle, herz! Zeitfeld, abzut jetzt! ier is! ier 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 er ier Na ob ich es schaffe? Ich versteck mich nochmal schnell an der Seite Und so rein Okay Wird der Versagen Leiden Energie um und deaktivieren die GMP-Falle Tarnfeld aktiviert Natürlich, machen wir das Ähm Naja Dämpfer durch Ausgezeichnet Und jetzt so schnell wie möglich raus da Cell hat das ganze bestimmt mitgekriegt Und ist unterwegs, um es zu untersuchen Verlasse die Färbelstation Außer Sicht Wo? Außer Sicht Sieh sicher aus W Bitte Jacques W Tangier Siehr Ja Ja Wo Wie Schnell! Wir haben noch kein Lass. Wir können die Vergebung bringen. Wir haben noch ein bisschen. Fingst Schauer! Wir wollen da rein. Wir wollen da rein. Aaaaaaah! Wir sehen uns nicht. Wir haben wieder Kontakt. Verschließ dich nicht. Wir gehen nicht an und drehen auch mal. Aaaaaah! Verschließ dich, der Mann am Boden. Denkt uns nicht zu. Wir schließen dich nicht an. Wir sind nicht an und drehen. Der Beruch ist nie. Der Beruch ist nie. Allzu gehen. Ich habe ihn nicht an. Er hat ihn nicht an. Ausgezeichnet und jetzt zu schnell.